Ein gebrauchter VW Golf ist hier zum Verkauf angeboten. Die grüne Limousine ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 178.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2001. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Servolenkung und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 116 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 9,3 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017